Hi und herzlich willkommen zurück bei Joost Truckstop. Ich bin Christian und bei uns geht's heute noch mal um das KKS-U. Was dieses Teil so besonders macht, das haben wir euch beim letzten Mal ja schon erklärt. Heute geht es in die Praxis und wir zeigen euch, wie ihr euren Trailer auf das KKS-U umrüstet, damit ihr ihn mit einem KKS-System benutzen könnt. Los geht's! Wie immer gilt Safety First. Beachtet unbedingt die Angaben in der zugehörigen Montage- und Betriebsanleitung. Die Aufliegerkomponenten des KKS-U bestehen aus dem Schwenkkeil mit dem KKS-Connector, welcher bereits mit einem Joost Königszapfen ausgestattet ist, einer Spiralfeder und der Kabelbox. Zunächst prüft ihr, ob genügend Einbauraum unter dem Sattelauflieger vorhanden ist. Der Einbauraum entspricht mindestens den eingeblendeten Abmessungen. Wenn ihr mit der Arbeit beginnt, entfernt ihr zuerst den vorhandenen Königszapfen. Wir haben die Ventileinheit mit den Rohrleitungsfiltern hier bereits auf den Halter montiert und zum Einbau vorbereitet. Den vorbereiteten Halter mit den Ventilen könnt ihr jetzt am Fahrgestell montieren. Die Einbaurichtung wird so gewählt, dass die Rohrleitungsfilter in Fahrtrichtung zeigen. Die pneumatischen Versorgungsleitungen werden getrennt und an den Anschlüssen Eingang 1.1 und Ausgang 2.0 der jeweiligen Wegeventile angeschlossen. Um Verwechslung zu vermeiden, ist es ratsam, die Steuerleitung sowie die Vorratsleitung vor dem Trennen mit gelbem und rotem Farbband zu markieren. Als nächstes erfolgt die Montage des Kabelspeichers. Den Kabelspeicher für die Montage am Sattelauflieger vormontieren. Dazu zunächst die Kabelbox zu einer U-Schiene zusammensetzen. Hierzu werden die Seitenbleche der U-Schiene mit je drei Kabelbindern am Deckblech befestigt. Dann das Deckblech an den Bohrungen ausrichten und befestigen. Bevor ihr die Kabelbox fest anzieht, werden die Kabelbinder wieder entfernt. Jetzt kann der Schwenkkeil mit Königszapfen montiert werden. Positioniert ihn dazu mit einem Montageheber unter dem Auflieger. Hebt dann die Einheit an und bringt sie in die Montageposition. Verschraubt den Königszapfen mit den mitgelieferten Schrauben. Beachtet beim Festziehen unbedingt das angegebene Anzugsdrehmoment. Jetzt könnt ihr die Schwenkkonsole montieren. Das ist die Verbindung zum Kabelspeicher. Die Schwenkkonsole mit dem Kabelstrang in die Kabelbox einführen, ausrichten und fixieren. Anschließend die Verschraubungen positionieren und mit dem Drehmomentschlüssel mit 10 Newtonmeter anziehen. Zur Kontrolle prüft ihr, ob das Abstandsmaß 480 plus 5 mm für die Spiralfedervorspannung korrekt eingehalten wurde. Wenn das Kontrollmaß nicht korrekt ist, einfach die Schrauben in der Kabelbox lösen und über die Langlöcher die Vorspannung einstellen. Dann könnt ihr das Bodenblech in den Kabelspeicher einschieben. Achtet darauf, dass es genau eingepasst ist und verschraubt es mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment. Prüft anschließend die Rückstellung des Schwenkkeils. Schwenkt ihn dazu mehrmals um circa 20 Grad. Er muss sich von selbst zurückstellen und soll dabei nicht an der Gleitplatte schleifen. Um die Feinjustierung des Schwenkkeils vorzunehmen, wird die Einstellmutter soweit beigestellt, bis das Verschleißstück am Königszapfen anliegt. Dann die Einstellmutter um 45 Grad weiter drehen und mit der Kontermutter sichern. Prüft, ob sich der Schwenkkeil um plus minus 50 Grad in beide Richtungen frei bewegen lässt und sichert die Einstellmutter dann mit der Kontermutter. Um die Einstellung der 45 Grad sicher zu gewährleisten, wird eine Hilfsmarkierung empfohlen. Die Einstellung ist perfekt, wenn sich der Schwenkkeil um plus minus 50 Grad frei bewegen lässt. Jetzt werden die Pneumatikleitungen angeschlossen. Die markierte Vorrats- und Steuerleitung werden vom Schwenkkeil kommend Richtung Ventileinheit verlegt und an dem entsprechenden Rohrleitungsfilter angeschlossen. Bleibt noch die elektrischen Kabel vom Schwenkkeil kommend an die vorgesehenen Steckverbindungen anzuschließen. Die Modul-E-Drive-Stützwinden werden mit dem vorgesehenen Stecker einfach mit dem Kabelbaum verbunden. Abschließend werden die elektrischen Versorgungsleitungen Richtung Aufliegerstirnwand verlegt, die ISO-Stecker angeschlossen und mit den dafür vorgesehenen Steckdosen verbunden. Nach der Montage erfolgt noch ein Systemcheck mit der KKS-Sattelzugmaschine und eine Probefahrt. So, jetzt könnt ihr euren Trailer mit dem KKS-System benutzen und seid fit für die Zukunft. Dafür hielt sich der Aufwand doch wirklich in Grenzen, oder? Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn ihr noch mehr über das KKS und das KKSU wissen wollt, schaut auch gerne auf der Landingpage kks-futurenow.com vorbei. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut auch in die anderen Just Rockstop-Folgen rein und folgt Just World auch auf Social Media. Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns.